Jo, und da geht es auch schon wieder los mit einer weiteren Folge Sims 4 und ja, Timo ist noch eine Schule und ja, in der Pause hat er sich wohl mit der Luisa getroffen und hat sie direkt nochmal eingeladen nach Hause zu kommen, oder? Soll Timo die Klassenkameraden Luisa zu sich einladen? Ja, das machen wir. Das tun wir dann. Und schon da? Er ist alleine. Wo ist sie denn? Sie ist nicht mitgekommen, oder was? Ah, da ist sie. Da ist Luisa. Hallo Luisa. Sehr schön. Hallo ist Luisa. Tür abschließend. Ja, nein. Hallo. Hä? Ich kann gerade keine Befehle angeben. Jetzt. Freundlich. Ja. Was? Kulturen ziehen. Kulturen erzählen. Notenpraylen. Guten Tag, Frau. So. Und. Freundlich. Und besser kennenlernen kann nicht schaden. Mhm. Freundlich. Mhm. Freundlich. Ja. Ja. Das ist der Schule. So. Wollt ihr machen. Herzen kommen, kommt ihr hin zu machen. Ah, ha, 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 ha. Hey, yo. So. Ja. Kannst du mal machen? So. Genau. Beginnen, Umflug, lustig, Aktion, ich kann nicht. Aktion, Einland, Huhn, Na, Unde. Nein. Zack, so. Wie sieht's da aus? Hm. Paar's halt ja gerade, ne? Gott, hättest du noch eine quassel Strippe. Ja, da haben wir uns ja was eingeladen. Sie hat keine Lust mitzumachen. Wo ist sie denn hin? Ach, sie will lieber Computer-Tatteln. Hm, Spielzimpf. Spielzimpf 2. Und dann fertig. Ja, wunderbar. Oh, hab falsch. Hab falsch. Wo ist der, Timo? So. Na ja. Schöne Sache. Ach, interessiert uns jetzt gerade nicht. Aha. Mhm. Okay. Wo ist er denn nicht mit ihr? Ja. Ha. Okay. Hunger hat er. Wollen wir was essen? Was haben wir denn? Wie schnell wird er? Oh. Oh. Achso, ein Zempfisch hast du genommen. Na gut. Oh. 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 wir da nicht mal da waschen ja nicht da waschen muss ich nicht verstehen ja auch hier können wir sein inventar noch steckt schon okay wie sein zustand aus kleines bad nehmen badewannenspiele da kommen wir nicht zu das ist ja wieder so ein pixel weg jetzt kommen wir zu der badewanne ja wunderbar macht spaß das macht spaß schönheit ist aber auch nicht gerade dass die britte müller auf so eine nette netter kass die mülle raus krass sie ist wieder da ist wieder da das war hier reparieren so dann wo sie denn hier in sein gast denn sie kann das jedoch noch hallo kann ich Ich will ihn jetzt schon nach Hause gehen. Ein bisschen Spiegel zusammen. Viel Möglichkeiten gerade. Eigentlich Geschichten erzählen. Maxi wahrscheinlich hoffe ich doch mal. Noch mal. Was ist das denn das? Ich bin gespannt, dass hier keine Uhr angezeigt wird. Oh ja, genau. Wiedersehen. Ja, spät, ne? So. Hat sie heilgegräte und er darf wegwerfen. Und aufwischen. So. Ein netter Junge, der tut das. Das kann normalerweise die Kinder nicht tun. Den Scheißdreck und diesen Dreck. Ist hier ein bisschen blöd davor jetzt. Das hat sie erstmal für Probleme. Also ich muss auf die Toilette machen. So. Schöne mal an mich wesentlich zu belasten. Danach kann er noch ein bisschen Klavier spielen. Dann hat er noch ein bisschen Zeit dafür. Jetzt spielen. Blue. Total. Ruhe. So. Jetzt kann man schon ein bisschen mehr auswählen, ne? Okay. Okay. Schreien wir. kein geld dafür spielen machen wir es mal stehst du auf spielen Ein bisschen Blues. Das war Blues, ja. Oh, jetzt wechselt er. So, das ist freitags. Achso, dann kannst du den nächsten Tag ausschlafen. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, das ist wert, das ist wert. Komm, wir beschleunigen wir mal wieder. Später. So, Konzert geben? Üben. Ein bisschen üben. Okay, ja, üben. Na klar, so. Wir machen das hier, wir machen das mal voll. So, diese Türgeräusche würde ich nehmen. Macht am meisten Spaß, diese Geräusche. Ja. Okay. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay, wir wollen aber langsam schlafen. So. Ah, ich will das auch noch voll kriegen. Ich will das noch voll kriegen. So. Dann mal auf die Toilette gehen. So. Genug. So, Hände waschen. Zehn nur putzen. Ah, das ist zu spät zum Essen. Dann das Zehn nur putzen lassen wir mal weg. Weg, weil dann isst du erst mal was. Schnelle Mahlzeit essen. Käse, Kaka, Joghurt. Schrebs, Erbsen. Wolle, Kidee, Apfelmus. Hm, ist nervös, Joghurt mal nicht. So. Alles klar. Na super. Wenn jemand mal fertig geschlafen hat, kann sie hier reparieren. So. Zack. So, erst mal ein Joghurt. Was sie so sein Liebsten reparieren. Ich weiß jetzt halt, aber jetzt hier. So. Erstmal schneller. So. So, heilgebracht, wunderbar. Kannst du jetzt, äh, Zehn putzen. Fett spät. So. Zehn putzen verworfen jetzt. Zehn putzen. Und da. Hat er es Platz bringen lassen. Natürlich. Ganz müde schon. Ach ja. Findet das was Nettes, ne? Hm. So. So. Der ist, äh, ganz debil. Okay. Zieh ins Bett. Zieh ins Bett. Ja. Bitte. Schlürf, schlürf, schlürf. Ja, er ist schon müde jetzt. Okay. Ja, aber er hätte im fünften Level den Klavier spielen gelernt, ah, geschafft. So. Dann kann er jetzt auch seinen Schlaf genießen. Oh, der Ziehungslefe, da jetzt er reicht. Hey. Ja. Ja, ja, das wäre doch schön, wenn sie sich das anziehen würde. Ach so. Oh, das hier. Zieh im Rumpen. So, besser. Okay. Äh, jetzt kannst du wieder machen, was du willst. Und, ähm, ja. In dem Fall, weil es hier am Wochenende ist, hier im Spiel, brechen wir natürlich hier die Runde jetzt schon ab. Äh. Okay. Ähm, ja. Äh, in dem Moment, wo er schlafen geht, eine Woche bei Schuhbesuchen und am Wochenende ist der Schlaf, unser Punkt. Oh, er träumt sogar. Schön. Alles klar. In diesem Sinne träumt auch schön und habt euch wohl. Bis demnächst in einer Woche. Hoffe ich. Ciao.